Die Polizei Und dann ist mir aufgefallen, hey, das sieht total merkwürdig aus und da ist irgendwie ein Fehler passiert. Das heißt, eigentlich bin ich im Spiel schon um einiges weiter, muss das hier aber jetzt nochmal spielen. Und warum ich euch das erzähle, ganz einfach aus dem Grund, da ich hier ja jetzt nichts vorspielen will, so nach dem Motto, oh, ich kenne das noch gar nicht, ich weiß noch gar nicht, was passiert. Ich weiß, was passiert, ich kann aber dazu sagen, dass ich die Mission, also diese hier jetzt, beim letzten Mal auch total verkackt habe. Deshalb ist es gar nicht so schlecht, dass ich jetzt hier nochmal eine neue Chance habe. Und was hier auf jeden Fall schon mal auffällt, okay, hier war nichts. Wie gesagt, es ist bestimmt schon anderthalb Wochen her, dass ich das hier gespielt habe. Was auffällt, ist dieses Poster, Girl from Hawaii says Aloha. Bitte, was hat es mit Hawaii auf sich? Das weiß ich immer noch nicht. Ich kann das noch nicht so ganz nachvollziehen, aber ich glaube, für die Mädels ist Hawaii nichts Gutes. Hey, ein Zug. So, und wie gesagt, beim letzten Mal bin ich hier so dermaßen gescheitert, da vorne sind auch schon die Bullen. Flasche und Messer austauschen mache ich mal nicht. Und ich hoffe echt, dass ich das jetzt schaffe. Ich habe beim letzten Mal einfach keinen Weg gefunden, das hier auf die ruhige Art zu machen. Also da wurde dann auch Verstärkung gerufen. Und ich war hier umzingelt von Gott weiß wie vielen Polizisten. Und das war nicht ganz so geil, muss ich sagen. Und deshalb ist das jetzt eigentlich, ich rolle mich hier hin und her, wie blöd. Deshalb ist das, wie gesagt, ganz gut. Okay, da ist der Kontrollpunkt, daran kann ich mich erinnern. Was haben wir hier? Oh, oh, die habe ich beim letzten Mal nicht gefunden. Hier lagern die feinen Herren also ihre Sachen. Und da hätten wir auf jeden Fall einen Container. Ach, genau, der Raum hier, den habe ich beim letzten Mal gesehen. Jetzt guckt euch das mal bitte an. Also das ist auf jeden Fall Hawaii. Hier ist eine Kamera. Das heißt, die Mädels wurden auf jeden Fall gefilmt. Und jetzt guckt euch das mal bitte an. Warum ducke ich mich? Guckt euch das mal bitte an. Also einfach nur einen Sessel, der aber, ja, so umfunktioniert ist, dass die Mädels hier ihre Beine drauflegen mussten. Und dann kann man sich ja denken, was hier Sache war. Ich denke mal, die Dinge, kommt man da irgendwie näher ran. Das ist Klebeband. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, oder? Dass die hier, ja, festgeklebt wurden. Dass das Ganze gefilmt wurde. Was natürlich schlimm genug ist, wenn die Mädels damit nicht einverstanden waren. Trotzdem erschließt sich mir noch nicht so ganz, was daran jetzt so doll schlimm ist, wie die alle gesagt haben. Also klar, der Stuhl hier ist nicht gerade angenehm, aber ich weiß es nicht. Also ich habe die Sache mit Hawaii noch nicht so sehr richtig gut verstanden, wie auch immer. Okay. Da, wo der Typ jetzt rauskommt, da ist so ein kleiner Durchgang. Der führt zur anderen Seite. Ich habe das das letzte Mal nur gesehen, weil ich hier... Scheiße. Weil ich hier ohne Ende rumgeballert habe. Und ich kenne auch gar nicht die Wege der Polizisten. Also wo die hingehen, weil ich war gerade im Spiel, gerade in der Mission und zwei Minuten später, zack, geballert. So, den aktivieren wir mal. Ich hoffe, ich kann dann später noch meinen anderen Spielstand, der ja schon viel weiter ist, trotzdem noch laden. Aber ich denke schon. Was war hier mit RB? Das Sim sieht nicht sehr stabil aus. Ja, das habe ich... Ach! Ach nee, Moment. Wenn es nicht sehr stabil aussieht... Ich habe nämlich gerade gedacht, da oben ist eine Tür. Aber wenn es nicht... Ich versuche es jetzt einfach. Das habe ich beim letzten Mal... Lauf weiter! Alter! Alter! Oh, ach so, macht er das? Okay. Ach so, hier sind Überwachungsräume. Da hinten ist irgendwas. Wir gucken uns erst mal das hier an. Eine Tür, noch eine Tür. Und der funktioniert nicht. Das ist ja nett hier. Ach du Scheiße. Was ist denn mit ihr? Wer hat sie denn umgebracht? Aber wir müssen ihr Kreativ decken. Oder bringt der Dom die Mädels um? Ich habe keine Ahnung. Da war wieder was. Die vermisste Stripperin. Die Polizisten suchen an den falschen Orten. Ah. Heißt das eventuell, wir können sie irgendwo verstecken? Wo die Polizisten sie dann auf jeden Fall finden, sodass wir freie Bahn haben. Oh, du Scheiße. Okay, da können wir auf keinen Fall nach unten klettern. Da müssen wir, glaube ich, lang. Also hier die kleinen Stufen hoch. Die Frage ist, wo sollen wir... Was? Wo ist der denn jetzt? Was ist schon ein Benzinkanister? Okay, da kommen wir nicht hin, wo der andere Typ ist. Ähm. Die Frage ist, was machen wir mit der Stripperin? Das habe ich gerade noch nicht so geblickt. Wo können wir sie denn hinschaffen? Dass die Polizisten sie finden. Hier ist nichts. Loswerden. Ach. Klar. Was? Ja, ja, toll. Ähm. Wir müssen die gar nicht irgendwo hinschleppen. Wir können die direkt hier loswerden. Zack. Sie liegt da. Oh, komm, geh du doch auch da hin. Alter, warum... Warum geht der Plan nicht auf? Warum geht er da nicht hin? Ach, das ist doof. Ich habe jetzt echt gehofft. Was mache ich denn jetzt? Jetzt sind die alle... Moment. Scheiße. Scheiße. Oh, Mann. Ich kriege diese Mission einfach nicht hin. Kann ich da runter? Ich kann nicht einschätzen, wo die sind. Ach, da. Ah, okay. Ich versuch's mal. Fallen lassen. Oh, Gott sei Dank. Ich hab's gepackt. Ich hab's gepackt. Ich hab's gepackt. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich bin. Hier war ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht. Doch, hier war ich. Da ist der Aus... Ach, du Scheiße. Nein, nein, nein. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Du siehst mich nicht. Scheiße. Ich dachte... Doch, da oben ist er bei der Ausgang. Er kommt genau hier hin. Fuck, hätte ich mich mal versteckt. Er geht... Moment. Er geht in die Ecke, ne? Scheiße. Nein. So, die sind da beschäftigt. Der läuft da hinten hin. So, lauf hoch. Ich glaub, wir haben's gleich. Wenn uns jetzt nichts mehr in die Quere kommt, dann haben wir's gleich. Hier ist nichts. Hier ist ne Kante. Okay, wir haben's geschafft. Boah, Gott sei Dank. Hier liegt übrigens der zweite Schuh. Ausgang gefunden. Kante. Wo geht's denn da noch hin? Ich glaub, das möchte ich gar nicht wissen. Das bringt nicht viel, oder? Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr froh, dass wir's gepackt haben. Ich bin jetzt auf jeden Fall. Birdie, ich bin unterwegs noch Chinatown. Passen Sie gut auf sich auf. Ach ja? Das sagt sich so leicht. Mann, dieser Wade, der soll doch jeden zum Reden bringen. Und wir wissen beide, dass ich ne Menge zu sagen hab. Also beeilen Sie sich. Bleiben Sie einfach ruhig. So, unser nächstes Ziel heißt also Chinatown mal wieder. Am Boden sind viele Patrouillen. Nicht leicht, da durchzukommen. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie ich das beim letzten Mal gemacht hab. Viele Patrouillen am Boden. Ich glaub, da bin ich einfach... Ich weiß nicht, ich glaub, da bin ich einfach runtergegangen. Und dann hat sich das irgendwie ergeben. Aber jetzt gerade sieht's schlecht aus, oder? Obwohl, wir könnten versuchen... Ich könnte natürlich versuchen, mich da dran zu hängen. Ich mach's mal eben. Scheiße. Oh Gott. Da ist einer im Gebäude. Damit hab ich nicht gerechnet. Ich guck aber auch viel zu selten auf die Karte. Das ist schlimm. So, der ist da beschäftigt. Der ist da hinten. Der ist da. Der hier ist weg. Der geht gerade runter. Das heißt, wenn ich hier drüber laufe, dürfte mich eigentlich keiner sehen. Sehr schön. Das hat schon mal funktioniert. Kante. Klettern. Nee, ich glaub, ich will dir doch lieber den Weg über die Dächer. Das scheint mir gerade ein bisschen sicherer. Hoffe ich doch. Ähm. Ist natürlich sehr geil. Ist da jemand drin? Die sehen uns nicht. Durchs Fenster klettern können wir. Aber das machen wir natürlich. Ah, stimmt. Das ist ja auch nicht. Ich meine, das hab ich beim letzten Mal auch gemacht. Oder? Da ist irgendwas. Was ist da hinten? Was ist da hinten? Achso, das ist nur das rote Licht. Alles klar. Da kommen wir... Da rein. Da ist ein Kontrollpunkt. Deshalb denke ich, dass da niemand sein wird. Vorsichtshalber mal ducken. Äh. Okay, sind wir genau am richtigen Ort. Hm, lecker. Verkleiden. Können wir mal wieder machen. Als Koch, so wie es aussieht. Und... Cool. Oder wenigstens Küchenhilfe. Sehr schön. Hier war aber gerade noch was... Was RB-mäßiges. Was ich aber jetzt gerade irgendwie nicht mehr sehe. Naja, okay. Erste Hilfe brauchen wir nicht. Hier ist RB. Was ist hier? Ist jetzt leer. Achso, Mensch. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hier können wir jetzt raus. Überall Feuerwerk. Hier war doch wieder was. Das ist man nur für so eine Sekunde da. Das Abschalten der Sprinkleranlage und anschließendes Entzünden der Feuerwerkskörper würde eine Menge Rauch verursachen. Könnte nützlich sein, um sich darin zu verstecken. Gut, aber wir haben ja eigentlich eine Verkleidung. Dann müssen wir hier gar nicht so einen großen Aufriss machen. Sondern könnten mithilfe des Instinktes einfach durchgehen. Ja? Ich finde es mal so doof, dass man währenddessen nicht auf die Karte gucken kann. Hier sind Polizisten. Hier ist auf jeden Fall irgendein Laden. Asia-Shop oder so. Wenn wir schon mal in China Town sind, wäre das naheliegend. So, die dürfen uns doch nicht anhaben. Naja, es läuft alles wie immer. Die wissen gar nichts und wir sollten dafür sorgen, dass es so bleibt, okay? Ich bin echt überrascht, dass wir alles unter Kontrolle haben. So, aber die Einwohner werden unruhig. Wir haben jede Menge Tränen gehabt. Und warum haben wir diesen kleinen Kerl durchgelassen? Okay, ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, aber ich habe zu Hause einen Whirlpool. Aha. Warum zum Teufel erzählst du mir das? Hey, komm schon. Ist ja höchst interessant. So, Geldautomat ist ein bisschen leer hier, ne? Und da ist der Ausgang. Juhu. Haben wir das auch geschafft. Ausgang erreicht. Komme ich hier als Küchenhilfe so durch? Da ist der Ausgang. Ich weiß es nicht. Eigentlich doch schon, oder? Ich bin kein Vollidiot, okay? Wenn ich am richtigen Ort suchen würde, könnten wir nach Hause gehen. Ich sage nur, dass ich nichts sehe. Wir könnten mal wieder was sabotieren. Verdammt. Hör gefälligst auf, so zu reden. Einfach nur, damit wir hier mal ein bisschen was machen und nicht immer so ganz super langweilig durchlaufen. Alles okay, mit dir. Aber ich habe noch keine Ahnung, was das ausfüscht. Weißt du was? Wir hätten den Vogelmann fragen sollen. Er hätte vielleicht was gewusst. Das hätte auch nichts gebracht. Wir wissen doch beide, dass das hier noch fehlschucht. Du glaubst nicht, wie sehr ich diesen Fett... Danach gehe ich jetzt einfach mal hier rein, wenn ich keine Ahnung habe. Scheiße. Oh nee, bitte nicht. Du hast mich nicht gesehen, ne? Okay, das hat es so gar nicht gebracht. Oh ja, das mache ich im Handumdrehen. Ja, ja, Fettsack, komm. Der Bauch, der steht so ganz merkwürdig vor. So, jetzt müsste es gehen. Ja, toll. Ja, präsentier uns noch deinen Arsch. Und jetzt gehen wir gleich hier raus. Das ging dann wohl ein bisschen in die Hose. Das war nicht so eine geile Idee. Also, ich könnte doch rein theoretisch, müsste ich doch da vorbeikommen. Ich meine, ich bin hier... Bitte gehen Sie weiter, Sir. Das ist Sache der Polizei. Ja, ich mache das schon. Ich wollte hier rein. Zufällig ist nämlich hier unser Ziel. Das ist ja schön. Oh Mist, sie sind hier. Drei von Waits Jungs. Sie reden mit den Leuten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie mich finden. Sie müssen mich hier rausholen. Bitte, in ihrem eigenen Interesse. Bördi, ganz ruhig. Ich bin gleich da. Machen Sie nichts Dummes. Ich werde das regeln.